Freundschaft, Liebe, Sexualität. Wir reden offen über Freundschaft, Gefühle, Lust und Liebe. Durch verschiedene Körperübungen stärken wir die weiblichen und männlichen Seiten in uns. Im Spiel und Kreativ aktivieren wir unsere Sinne aktivieren und wir festigen unser Selbstbewusstsein. Was sind denn meine Wünsche, meine Träume im Leben? Wir finden Antworten miteinander auf die und andere Fragen. Der Kurs ist für alle mutigen Frauen und Männer, die gerne offen diskutieren.